Aber ich habe schon gemerkt, ne, so von wegen. Frisch angefangen den Stream. Kapazitäten sind noch da, weißt du. Es ist halt nach, so noch 3-4 Stunden, ne? Wie ist denn? Braucht die überhaupt die Brille oder hat sie die nur als Schmuck? Wird sie ein Papi sehen? Ich habe mein Schwert draußen. Wird sie hier lang? Wahrscheinlich, oder? Auf der anderen Seite noch irgendwas. Wird die kaputt machen? Natürlich. Wird die kaputt machen? Aber viele sagen, kann ich auch nicht abwehren, oder? Wird die kaputt machen? Wird die kaputt machen? Wird die kaputt machen? Wird die kaputt machen? Hätte ich nicht malen müssen, ne? Wird die kaputt machen? Wird die kaputt machen. exakt bei der mann nicht ab jetzt macht es natürlich auch sinn dass man weiß ich nicht im kampung wie meiner punkte verliert oder so weil jetzt brauchst du die ja auch besser aber dadurch dass ich das halt vorher nicht wusste dass man die halt für andere sachen verbrauchen kann außerhalb für dieses holtern oder was das halt war hat sie mich hat überhaupt keinen sinn gemacht dass überhaupt mal nach weggenommen wird ich krieg mal ein bisschen jetzt sichtbar ach wirklich weil ich aufgefallen es war ja, warum kalt's nicht zum wenden? war das jetzt hier genut voraus oder wie die heißen? ne? ne? Wird mal gestern auch schon mal gehabt, ne? Aber wie gesagt, wenn das Gehirn schon so ein bisschen Brei ist nach ein paar Stunden, dann fällt einem das nicht mehr ein. Oh. Und dann. Ich bin mir erinnern. 120. Maximum Bonus. Wo sind wir hin jetzt? Jetzt sind die wieder voll. Okay. Gut. Anführungsstrichen schon, ne? Das sieht aus. Das war's. Oh ja. Das war's. Das war's. das müssen irgendwelche gegner wenn das vielleicht die engel hier produziert werden gerade wurde gesagt er wird irgendwas hochkommt ja doch und ruft auf den stadt das war ich mich Nee. Ich bin der Kommissar-Meyer. Oh, gut. Es gibt aber schon eine Menge Maler, ne? Also, dass man dafür ausweichen kann. Da lebt man, glaube ich, so drei Punkte, dann hast du so eine Sekunde und die Zeitlupe. Und wenn du nur einen Ball hast, dann hast du, weiß ich nicht, ne? Komm mal, drei Sekunden Zeitlupe. Nee, fährt doch ab. Parier doch. Parier doch. Meine ganzen Wiederbelebungsdinger sind gegen gerade alle flöten. Wie weichen davon noch? Drei. Oder fünf. Dann kriegt ihr hier immer so viel... Ah, ne? Heilung, meine ich. Der ist schon wieder. Muss ich nur abhauen, oder? Kommt da noch was? Ah, scheinbar muss ich hier nur abhauen. Kannst du mal bitte dich hinten einstellen? Ich hab doch hier gerade schon einen Gegner. Oh, ne, Wackenkel, ne. Also mit dem hier, da muss man den überhaupt machen. Na, scheinbar nicht da. Hallöchen, Mike. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Dankeschön. Kann ich dann selber noch was herstellen? Zwölf Dinge habe ich gerade mal. Ich werde malenlegt. Oh, das ist sicher. Wir können auch nachdenken. Ich werde malenrecht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich werde malen. Nein, nein. Okay, nein, nein. aber auch immer so wenig gefühl also rot und so kriegt mehr super häufig aber grün wenn er um mit dem kämpfen ausklettern kennen control operations aber das war lang ja nun in sehr gut Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Ja, danke, dass du gegen die Wand gerangt bist. Das ist so, dass du gegen die Wand gerangt bist. Warum sind da auf immer so viele Gasstühle? Gasstühle? Tja, genau, jetzt macht er mal so einen schnellen Schlag. Sonst macht er mal so einen langsamen Bisschen und jetzt macht er so einen schnellen Bisschen. Was schau ich dann daran? Den glaube ich nicht. Der Typ ist das. 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 natürlich noch mal den habe ich nicht kommen schon geachtet ob etwas kommen kann man auch noch Nowhere will Randy Ordner Oh, no No Ah, it's okay So 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 Ja, warte mal, warte mal. Nee, das ist ein großer, den würde ich jetzt nicht benutzen. Ich will, ob ich jetzt nicht benutzen. Ich will, ob ich jetzt nicht benutzen. Kann sich jetzt jeder sein Teil denken, warum man die ja nicht einfach wieder im Shop benutzen kann. Um sich voll zu machen. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? Macht nix. Das wird keiner. Was ist denn hier? Das ist ne Kisse. Bäm. Moonperle. Okay, will ich es richtig verstehen, muss ich da rüber, zu den Doppeleingängen. Die Wahrheit in reinster Form. Uh, noch mal ein Herz-Container. Ein ganzes Herz nochmal bekommen. Sehr schön. Ich glaube, ich muss da rüber. Das heißt, ich muss da erstmal wieder runter, oder was? Okay, also wenn man das jetzt so in dieser Perspektive aussieht, bewegt sich das wohl immer im Kreis. Okay, das heißt, wenn ich hier wieder zurückgehe, kann ich ja hier entlang gehen, oder? Ich bin schon da. Am Fahrstuhl. Bist du schon da, oder? Ja. Puh, was ist das? Noch mal so ein Ohrman. 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 Oh primax xyp polyboy wieder so was muss ich drücken ja nur bei wem oder sie selber oder bei anderen wie hoch ist dieser tun ich hatte ich habe wahrscheinlich zu viel zu spät aber ja ich habe ja Wanda wenn sie kann ja ich habe zweimal gedrückt danke ich gebe nichts aber die Kamera hier hätte ihn nur getroffen was soll das was soll du 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 Hallo, ist mein Meldrug? Blut? nein es ist unsere sonne wo sind wir denn jetzt ist das denn das ist dieser riesige tun die kleine auch in ihrem spielzimmer da fünf mal wiederbelebung benutzt alles weg alles weg was ich gesammelt habe alles weg jetzt sind wir da oben ja